Musik 34 Trachtenpaare im Alter zwischen 3 und 34 Jahren zogen heuer die Neuradarkirchweitracht an. Das sind hauptsächlich Schüler und Absolventen der Deutschen Adermüller-Gutenbrunn-Schule in Neurad sowie Jugendliche von der deutschsprachigen Jugendorganisation Banatja des Deutschen Forums in Arad. Musik Nach dem Gottesdienst gab es den Empfang im Fahrhaus und den Umzug der Trachtenpaare durch Neurad in der musikalischen Begleitung der Blaskapelle Natsatschanka. Die Kirchweibuben spendeten dabei den schaulustigen Wein, während die Mädels auf den Strassen tanzten. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. 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 BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018